Herzlich Willkommen, mein Name ist Danny über Lp und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Fallout 4. In der letzten Folge haben wir in Diamond City so ein paar winzige Quests gemacht, welche alle mit dem Radio-Moderator Travis was zu tun hatten. Und ja, dieser Kneipenbesitzer wurde ja entführt von solchen Typen. Und ja, wir sind jetzt gerade hier und der Typ macht, glaube ich, hier alle völlig. Ich habe jetzt gespeichert, also hoffentlich fragt ihr mir hier nicht weg. Oder sehr gut. Na, außerdem ist der Tom der Turm oder so. Umlaufen von dem haben wir ja gelesen, irgendwo in der anderen Racer Basis. Sind da runtergefallen. Bist du doof. Kann ich immer noch sehen, ne, das weißt du. Weil du bist echt blöd, in der Nähe zu verstecken. Weil diese beiden Typen, die in der Bar vorgekommen sind, die haben wir ja schon fertig gemacht. Und das war es jetzt ja auch hier, ne. Eine ganze Klamotte hier. Ich möchte mal gucken, ja, so. Meine Vault-Klamotten, die sind jetzt auch nicht mehr so stark, ne. Ah, ne, meine Vault-Klamotten, die geben nur zur Strahlung und Energie. Äh. Verteidigung. Resistent. Was geht? Danke. Ich wusste nicht, ob jemand kommen würde. Ich dachte, dass das vielleicht das Ende ist. Danke. Das vergesse ich dir nie. Gibt es noch mehr von denen? Werden sie wieder hinter dir her sein? Nein, nein. Äh. Das war ihre große Chance. Du hast sie erledigt. Hä, hä. Diese Idioten haben Krohen, Kroken und Kamps einfach rumliegen lassen. Sie haben's nicht gemerkt, als ich mir die Taschen vollgepackt hab. Ein echter Ödländer. Ich bin überrascht, dich hier zu sehen. Hey, Vadim. Ich bin froh, dass du in Sicherheit bist. Wie bist du denn in diese Sache reingezogen worden? Ich... Keiner hat mich dazu gezwungen. Ich wollte helfen. Ach, ha, ha. Du steckst voller Überraschungen, mein Freund. Hi. Mann. Was für ein Tag, was? Hey. Ich... Wollte mich noch bei dir bedanken. Das hier war... Nun ja. Es war völlig verrückt. Aber ich glaub... Ich hab einiges dazugelernt. Ein ganz normaler Tag. Ich hab die Schnauze voll von dir. Das alles war ein ganz normaler Tag für mich. Ja, glaub ich. Für mich aber nicht. Wenn ich nach all dem an die Sachen denke, für denen ich früher so viel... Ich hatte immer Angst, meine Sendung im Radio zu machen. Aber das ist nichts im Vergleich dazu, verprügelt und beschossen zu werden. Ich kann so viel mehr aus meinem Leben machen. Und das werde ich auch. Wie dem auch sei. Danke nochmal. Ich schulde dir was. Okay. Ja, der Bild passt so. Und da ist was gut ist. Pikettfanz. Also... Sonst jetzt Lattenzäune in Siedlungsstätten bauen. Ja, super. ja was haben wir hier experte kann ich aufschließen da haben wir in diamond city auch wieder was erledigt finde ich sehr gut geschafft terminal vom tom tom ja abspielen warum spielten er hat schon wieder nicht ab ich habe irgendwie mit holobänder in letzter zeit haben wir sind ok nehme ich mal jemand anderen wichtig sein oder so hat ja nix von der tor hat ich noch einmal experte oder so ein davon ist richtig es nehme ich alles richtig oder auch nicht wie einsteiger ist da komme ich jetzt kein ok jetzt und hier also probleme reds tot langsam nur jetzt haben zwar noch menge bier aber das langsam mal red ist tot damit hat red und ihre ganze verdammte crew ausgekippt sich wenn ein paar leute los schicken und sicher zu gehen dass sie auch immer in den laden gesorgt hat sich dort jetzt nicht mehr einlistet dann können wir das lager plündern hoffentlich haben sie die haben die nicht zu viel mitgehen lassen doch scheinbar hat jemand jared ausgeschaltet ich habe den schämt sich den wasser zwar gast aber echt kein waschlappen wir brauchen wir knarren heute ging ein gericht um ein fette kawain um die ganze kohle das sind die ganzen sachen und anderen terminals oder ok sie ist doch tot haben wir ja von red irgendwie klingt wirklich mit dem einen mit der einweiter basis jetzt zusammen von red die die ganze zeit man muss die noch mal hinschicken ja oder wenn man zu essen so die ganze zeit haben wollten und ja dann irgendwann irgendwie glaube ich gemerkt hat die nachricht nicht mehr so ihre handschrift ist oder so und irgendwie so verdacht geschöpft wird da irgendwann nicht stimmt und ja anscheinend schon ist tot kommen wir zum kommen ich habe das hier aber so ein riesiger aromata ging es ein bisschen hektisch ab deswegen müssen wir hier ein bisschen nachgucken zeitschrift gefunden also meine logik irgendwie wenn ihr zeitschrift war eine wackelpuppe ist gibt es hier sonst nichts anderes mehr also da stand schon abgeschlossen deswegen nehme ich mal an wir haben wir schon alles fertig lass mich mal gucken und ich sagen gehen wir als nächstes diese eine mission machen mit diesen gold hüpfer ist er glaube ich mach mal die der goldene gras oder so ist ein goldener hüpfer da ruhig ist aus hier kann ich sagen wir waren aber noch so kakerlaken weil durch die euro erledigen ich hab jetzt schon jetzt hat er schon eine kaputt grauen alles da oben ist noch immer wie komme ich dahin ich bin aufzug von mir kommt man auch nicht vor doch hier kommt man hoch aha sie leben wir mit kakerlaken in einen ordner okay sonst wird nämlich gar keinen den mann naja warum gehen wir immer so schnell kaputt in letzter zeit das wäre es wer mutiert irgendwie zum ultimative kranken lag oder so und editieren insektenviechern habe ich erstmal die schnauze voll dann für q1 da haben beschädigt abschädigt beschädigt kapitalausgaben für das ganze ja wenn jetzt schätzungsweise gehört sie im vorjahr ja es ist ja noch was so viel kann ich gar nicht mehr schnappen und sehe ich meine ja denn die bei äpfel lieber ein glaube ich hier wird wahrscheinlich die dinge weil ihr die lilly gefangen vielleicht okay die mit karte karten ja und weins packen ist natürlich nicht so eine tolle idee wenn man immer in einen ausgang ja wenn ich noch aufschließen muss für erfahrungspunkte und so raus hier ja cool cool ich glaube die hälfte des levels wenn ich level 20 erreiche hole ich erstmal alles weg und dann habe ich automatische heilung und meisteränder obwohl vielleicht kann ich noch etwas anderes nehmen noch vorher ich bin auf jeden fall schon mal den ganz automatische heilung vielleicht nehme ich irgendwas kampf mäßiges hier weil ich erstmal muss ich ans überleben denken sag mal wo ist denn die eine quest jetzt die ist jetzt mit dem gras kupfer wo ich kann auch da hingehen hier ist noch gar nichts nämlich und hier habe ich auch vor allem wir haben noch so viel als wir hier erkunden können ne das ist sowas von krass aber wo ist die quest mit dem gras kupfer hier oder irgendwoher dinge zu holen die bunte stadt im baumarkt nach farbe da muss ich auch noch machen hart bei town ok hm gehen wir da ein machen wir erstmal da im city mäßig alles hier Ali da gibt es einen jetzt nach radion und gucken was der typ zu sagen hat aber naja läuft irgendwie so ein kopier geschützter song und dann kriege ich probleme und ich kann mich nicht abspielen gibt es probleme er sagt er sagt wahrscheinlich immer so aktuelle sachen ein trafpass katapult für kleine atom und ja da würde ich nämlich gerne abspielen alles hier so hat der sagen würde die sagen also im v3 jedenfalls hat wieder immer so aktuelle sachen gesagt nach hier sind wir ich dachte ich war hier bei dieser raider war es mich letztens war der nehme ich immer so die aktuellsten sachen gesagt was man hier als spieler gemacht hat Oh ne stimmt irgendwie so da rein ich würde ich kann ja auch nicht verstehen was ist denn der laden? welcher laden ist das? was? ja und zu eurem pech bin ich auch einer von denen nein na ja fort ist immer wieder gerne ich hab noch gesehen zwei typen seine typ wahrscheinlich nix besonders gehabt ich will die ganze zeit jemanden noch eine frau schreibt jemand nach hilfe die ganze zeit okay ich gehe mal da rein dass jemand reingegangen sagen hier ruft irgendwie eine frau ganz andere hilfe da ist gar keine basisjahre blöde das irgendwie schon gedacht aber ich dachte mir dazu im namen stehen da das wäre natürlich offensichtlich sagt geht es da ist das warum ich mal auch granaten geräusche feuer ok immer herrn das hatte ich denke du geh weg du bist weg du bist die die mich hier ein gelobt hat ne wilde co nächstes wagen war wieder so ein schatz ja das war gut habe irgendwie schon gedacht hat eine fall war aber ich dachte dafür dann in deren namen stehen wenn da stand einfach nur siedler unter ihren namen aber ja ich habe irgendwie gedacht dann wird der radar oder so stehen ich habe jetzt irgendwie nicht damit gerechnet hat die daran denken wenn eigentlich leeres war damit das muss ich erst mal wieder backtracking ein bisschen nur so alles ist ja stimmt ich muss auf habe hier suchen ich habe gerade sogar nach weswegen wir nicht noch mal hier weil diese ganzen verbrannten magazine wie alle nichts war irgendeinen wert ich nehme an irgendjemand sammelt deswegen nehme ich die bis jetzt immer alle mit die wegen weg 0 deswegen überhaupt nicht das war dann alle die hier drin sind wäre nicht schlecht okay dann weiter ich kann nicht so eine lampe mitnehmen ich möchte mal ein bisschen öfter entspräche schon sagen was schon wieder abgeschlossen also wenn ich jetzt eine zeitschrift also finde dann ist das jetzt nicht so war wenn ich mache mich so viel klären mitnehmer aber braucht man und ich glaube hier läuft irgendwann anders noch rum oder so viele leute hier verarscht wir machen hat schon so lange oder wie einfach hier reingelot und dann dieselbe mache masche die ganze zeit abgezogen also mal hier sehr gut ich nehme schon mal die farbe bingo gelbe farbe blaue farbe mische grüne farbe zusammen was die frage ist jetzt ist er gut oder schlecht jetzt ist mal einer gemacht das spiel das habe ich jetzt gelesen ich werde schon wieder wegpacken also wenn ich mal die farbe damit zu tun hat hat die mauer irgendwie jetzt stärker ist aber ok ok klingt fast gleiche ich habe mir 26 mal jetzt nicht so kennen ich nehme an hier ist nichts mehr mal ausgehen mal ausgehen dann ist schon wieder so verdächtig auch hier oben jetzt schon so aussagt könnte man da irgendwo ich sage auch eine ganze menge lagerraumschlüssel so und da ist eine zeitschrift so ist gezeichnet siedlungswerkstätten und hightech beleuchtung ok das war irgendwann weiter bauen in meinen dingen meiner festung sagen ich will irgendwann mal eine 440 pistole das wird man nichts mehr mit zurückgehen nichts mehr aufsammeln hoffentlich ihr sagt mir ich habe hier alles also nicht groß ohne meister truhe ok der erste meister truhe über knappen glaube ich gemacht also ich habe dort das ist auch nicht gosh die 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 wegen dem kronkorn was man ihn aber es ist noch keine plasma waffe bekommen also was man gewerbt ist oder ich würde sagen wir sehen uns in diamond city im nächsten part wieder bis dahin werde ich dann ein bisschen mein müll hier einsortieren vielleicht meine waffen ein bisschen verbessern dann gucken wir mal dafür ja also nicht aber wir haben alles gut dann wenn ich die partie und wir sehen uns dann in diamond city wieder ein etwas gelehrten inventar vielleicht ein paar bessere waffen und mal schauen ok ok dann sage ich dankeschön fürs zuschauen und kommt noch irgendwas hier hm na ja ok dann sage ich bis zur nächsten folge